hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute spielen wir wieder minecraft surf das kommt ja jeden sonntag und ja schild die ist von einem skelett gekillt worden herzlichen glückwunsch und ja ich hole mir erst mal wieder alle sachen aus der truhe so ok da marius hier mal noch platz dann wer dort nämlich super le disco truppe das ist das und dann sortiere ich hier mal dann sortiere ich hier das mal und ja ich würde sagen ich gehe mal hier lang so zack und ich guck mal jetzt hier ja habe ich mich mal hier runter heute ich habe die ausgefunden und ja wie es aussieht acht stück sind hier noch mehr ich glaube nicht ok dann werde ich jetzt mal hier runter gehen redstone weiß ich nicht nehme ich mal mit gibt xp lapis gibt ebenfalls xp kann man brauchen zum enchanten dann ich bin jetzt hier bedrock level hier unten ok tiefer komme ich nicht mehr dann haben wir jetzt hier bedrock gefunden und ich würde mal sagen ich guck mal was in diese richtung so ist zack 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 einmal wunderschön runter hier ok hier ist noch eisen was ich auch mal machen könnte ok hier über mir ist irgendwo lava ok ok ich weiß glaube ich welcher see das ist ich gehe erstmal das eisen hier schmelzen ok und mach mir dann gleich auch noch oben ein paar fackeln mehr und dann guck ich was schildi noch hatte kohle habe ich hier hier ist noch eisen so das müsste reichen hier einmal noch fackeln gemacht und ich gehe erstmal gucken und was ich dann auch noch machen will ok er hat noch eine fast volle picke er hat ziemlich viel gold und das ist der falsche weg ich werde auch gleich mal an einen spawn noch gehen nachher und rein theoretisch müsste da das nether portal sein und ja so hier ein bisschen so viel cobblestone brauche ich nicht das kriege ich noch das kommt auch mal in die kiste und dann mache ich mir schon mal Rüstung das geht perfekt auf zack 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 und das ja ja ich habe genug kohle und ich gehe mal ans bohren gucken ob schon jemand im nether war aber was ich mir vorher noch machen sollte vielleicht hat der noch was im ofen null ok ja genau das wollte ich machen so ein kleines aber feines eisen schwert ja es ist tag das ist gut und anscheinend hat noch niemand unsere base entdeckt super so dann ähm gehe ich mal hier hoch eine viertel stunde darf ich aufnehmen jeweils und der spawn ist da vorne das zeigt mir der kompass zack ich glaube das nether portal sollte offen sein ich also leute ich habe kurz nachgefragt und ähm das portal öffnet heute um null uhr und dann muss die folge aber schon online sein und deswegen dachte ich mir na okay dann baue ich mir einfach mal baue ich mir einfach mal eine falle und zwar hier werde ich jetzt einen weg bauen wo sich jemand runter gegraben hätte können meine schaufel ist gleich kaputt ne ja das macht sie okay dann kann ich das dann da so zugraben zack zack die anderen teilnehmer dürften diese folgen ja nicht gucken also könnte diese falle durchaus funktionieren was ich jetzt nämlich vorhabe ich werde hier unten so eine kleine base aufbauen das geht nicht okay dann werde ich hier mal was schmelzen ich glaube das brauche ich nicht mehr und dann werde ich nämlich mit einer druckplatte ich werde eine druckplatte machen ja okay dann ähm werfen wir eben noch ein stück kohle nach und dann ja warten wir ganz kurz zack ein stein zweiter stein da mache ich eine druckplatte und statt dass hier auch was bringt ne ich schmelze noch ganz kurz das das gold meine ich wenn man hier nämlich so runterläuft so runterläuft dann kann man die druckplatte nicht sehen und das will ich benutzen um hier die zwei blöcke aus dem weg zu ziehen das heißt ich packe dann pistens hier ran und und die werden dann das ganze hier weg ziehen und dann wird man runterfallen ich könnte rein theoretisch auch hier noch ein pisten hin machen der mir hier dann den weg blockiert dass man nicht weiter laufen kann ok ok ich werde jetzt hier ok dafür hat es nicht mehr gereicht 4 müsste reichen 8 braucht man für ein stack das ist das passt schon dann haben wir hier ein bisschen stein um das zu verdecken und ich gucke mir während das hier schmilzt hier nebenan auf dem handy ein crafting rezept an für pistens weil das weiß ich nicht so ganz ich hoffe jetzt lol ok jetzt ist niemand auf dem server und ich hoffe auch nicht dass hier jemand in der nähe vom spawn ist sonst ja mein craft pisten das wird jetzt leider eine einwegfalle sein weil ich kann keine sticky pistens machen wenn es auch peaceful ist weil dann kriege ich keine schleimbälle kolben das offizielle minecraft wiki kategorie redstone gewinnung eigenschaften das verschoben block zack galerie die … … … hm, wo steht das denn hier? Anschluss, ich geb mal hier, das ist das gleiche, in englisch, ja, minecraft, piston, craften, so, jetzt haben wir's, ich brauche 3 pistons, heißt, ich brauche 3 redstone, 3 eisen, ja, die hab ich, okay, ist das denn hier auch schon langsam fertig? Nein, dann geh ich nochmal zurück in meine Base und hol alles, was ich noch brauchen werde, ich glaube, Verstärker werden keine vonnöten sein, Nein, das brauche ich nicht, ich muss einfach die einen Pisten auf der anderen Seite machen, ich hoffe jetzt nicht, okay, er ist Spectator, er ist ja gestorben, und jetzt ist er Spectator, Okay, wenn er leftet, stirbt er immer was, keine Ahnung, ich hoffe einfach nicht, dass er hier in der Nähe ist, Hey, was macht denn der? Wenn, nach dem Tab ist er ja Spectator, so, Schreibe ich mal, das werde ich brauchen, Schilder brauche ich keine, Eisen brauche ich nicht, ich brauche Eisen, Eisen habe ich alles verbraucht, Okay, dann muss ich nochmal Eisen suchen, Okay, dann, Mach please, Warum darf ich jetzt entscheiden, Die Fj hat gesagt, Ungolua, Naja, Ich bin ja momentan gerade nicht da, Der weiß ja auch nicht, was ich vorhabe, Und er ist ja sowieso irgendwie schon ausgeschieden, Und ich hoffe, dass ich hier, War das gerade Eisen? Nein, wirklich nicht, Hallo, Nein, das war kein Eisen, Dann habe ich mich verguckt, Okay, Leute, Die Folge ist jetzt sowieso um, Und ja, Dann war es das von diesem Video, Wenn es euch gefallen hat, Lassen like, Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Ciao! Also看 weiter, nach einem riesigen kabin Gol, wir Wein und fern, Das ist ja wunderschön, ники presque, achiest du den zweiten Ah messer, inилиzze zacz Sally, Wir segersen dentro chat, von über das Wasser, vom, eine tissues Cesf taperol,